und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klembersteinbaus ich freue mich riesig im september letzten jahres hatten wir die vorbestellaktion von kitty craft und jetzt sind die sets endlich auch bei mir angekommen etwas verzögert das war aber nicht torsten schuld an der stelle noch mal absoluten größten respekt dafür was die jetzt in der zeit geleistet haben müssen diese ganzen container auszuräumen die sets wie zum beispiel die currywurstbude überhaupt erstmal rauszufinden und das ganze so schnell mit einem kleinen team in den versand zu bringen also absoluter wahnsinn darüber bin ich schon mal sehr sehr glücklich aber leider hat der paketdienstleister auf dem weg sehr viel länger gebraucht als es angegeben war es wurde sich dann dreimal entschuldigt in der sendungsverfolgung dass es doch etwas später wird und das paket hat noch ein paar umwege genommen aber jetzt ist es schließlich auch bei mir angekommen erstmal wollte ich euch auch die verpackung von der currywurstbude zeigen bevor wir jetzt zu dem set kommen was wir heute wirklich bauen bei der currywurstbude ist es nämlich so dass ich sie natürlich auf jeden fall auch bauen werde aber mir noch nicht sicher bin ob wir das in form einer review machen weil ich gehe davon aus dass sehr sehr viele leute eine review zu dieser bude machen und man irgendwann auch nichts neues mehr erzählen kann aber da könnt ihr gerne in die kommentare schreiben ob ihr da auch lust habt meine meinung dazu zu hören dann machen wir das gerne in form einer review wenn nicht würde ich die privat bauen und in einem anderen video mal nebenbei erwähnen wie ich das ganze gefunden habe ich habe die currywurstbude 2632 von 3000 bekommen und freue mich auch schon riesig auf die zwei figuren hier obwohl ich mich ja noch mehr auf das figurenpack freue was zur normalen currywurstbude rausgekommen ist das habe ich mir auch nochmal bestellt wo der held nochmal in seinem bunten t-shirt dabei ist da freue ich mich sehr drauf den hätte ich auch in der bude wahrscheinlich am coolsten gefunden aber das ist ja kein problem die kann ich mir dann einfach noch dazu stellen auch dabei war natürlich die kittycraft vip karte das ganz sieht echt gut aus macht einen wertigen eindruck und ich finde man sieht da ist liebe reingeflossen und ich finde es weltklasse dass kittycraft jetzt neu startet wie gesagt an der stelle nochmal allergrößten respekt an torsten und allen die an diesem projekt mitgearbeitet haben das set das wir uns heute zusammen anschauen ist die kc 1110 der große schlepper mit anhänger aus der brick farm reihe und das ganze zum preis von 15 euro für 190 teile plus die zwei kiddies vornherein muss ich schon mal sagen ich finde es gut dass sie hier die universal kartons genommen haben und dann nur den sleeve drum machen der sleeve sitzt wirklich fest macht einen sehr sehr hochwertigen eindruck die druckqualität ist darauf auch wirklich toll und ich finde das ganze auch sehr schön gestaltet diese farbkombination sagt mir sehr zu und ich finde das ist ein schönes aufgeräumtes design mit ein bisschen hintergrund man schaut diese packung einfach gerne an auf der rückseite sieht man dann den traktor nochmal aus zwei verschiedenen perspektiven und wir haben hier auch die zwei kiddies figuren abgebildet und natürlich nochmal den hinweis komplett politisch korrekt dass das ganze 100 prozent kompatibel zu dem klemmbaustein system bekannt nach einer dänischen baustein firma ist das finde ich sehr gut und mit ein bisschen witz hier drauf geschrieben ich mache jetzt auf jeden fall den sleeve ab und wir schauen es zusammen an was sich in der box befindet und da haben wir auch schon den karton freigelegt mit einem spruch der treffen doch nicht sein könnte bei klemmbaustein und zwar deine vorstellungskraft ist das limit und das ist das super schöne an klemmbaustein ich habe ja schon erwähnt dass das lief sehr sehr fest auf dem set sitzt und ich muss sagen das war echt nicht einfach den abzubekommen zumindest wenn man es zerstörungsfrei machen möchte ich möchte es zwar nicht unbedingt zerstörungsfrei machen um das set zu sammeln oder ähnliches sondern weil ich den sleeve einfach wirklich so schön fand und qualitativ schön fand dass es mir leid getan hätte den zu zerschneiden oder zu zerreißen aber ich habe ihn dann noch so runter bekommen das ganze hat sich aber als gar nicht so einfach entpuppt weil es doch sehr sehr fest an dem karton sitzt aber jetzt machen wir das ganze mal auf und der füllstand sieht schon mal sehr gut aus also bei diesem set hat das torsten wirklich sehr gut abgeschätzt und hier haben wir auch schon mal die steine tüten auf die qualität bin ich sehr gespannt darüber reden wir aber wie immer nach dem bau wenn man auch wirklich etwas dazu sagen kann worüber wir aber natürlich direkt etwas sagen können ist die anleitung die anleitung ist klammer gebunden in diesem fall papierqualität gefällt mir gut und was ich sehr schön finde ist dass hier direkt renne als designer also brickbuhr von diesem set hier genannt wird und auch mit einem qr code verlinkt wird dann haben wir noch einmal etwas zu der geschichte vom originalen kitty craft so etwas finde ich toll und das hilft natürlich sehr bei der markenbildung dann wird direkt mit dem zusammenbau der figuren begonnen die figuren schauen wir uns in diesem video auch wieder zuletzt an das ist ja typisch auf diesem kanal dass wir über die sets reden und dann erst über die figuren weil ich auch nicht der riesen figurensammler bin trotzdem finde ich es gut dass wir hier endlich eine rechtssichere minifigur haben das anleitung design mit dem bauernhof im hintergrund gefällt mir auch und insgesamt haben wir dann 36 bauschritte auf 13 seiten verteilt bis wir das ganze set fertig gebaut haben auch eine teile liste haben wir natürlich dabei wenn euch das ganze interessiert könnt ihr das video wie immer gerne an der stelle anhalten die euch am meisten interessiert ich kann es jetzt schon gar nicht mehr erwarten das ganze endlich zu bauen und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen traktor wieder außer es gibt etwas super wichtiges zwischendrin im bau zu erzählen und damit ist er auch schon fertig die kc 1110 der große traktor mit anhänger oder für mich eher kleiner roter traktor ist überall bekannt mit jan am lenkrad zieht er übers land wir haben ihn jetzt in voller bracht hier stehen auch schon mit beiden figuren und vorne kann ich schon mal sagen die konstruktion von dem gesamten set gefällt mir sehr sehr gut also da hat der brigbuer wirklich tolle arbeit geleistet dafür einen großen daumen nach oben also konstruktionsmäßig hätte ich sowas als kind zum spielen richtig richtig klasse gefunden und genau darum geht es ja auch denn es sind kinderspiel sets was mir auch noch gefallen hat war das gefühl beim tüten öffnen das hat sich einfach sehr gut angefühlt das ging butterweich und das finde ich gerade bei einem kinderspiel set sehr gut wir können uns erst mal den traktor genauer anschauen und wie gesagt für die geringe teile anzahl ist das ein richtig richtig schöner trecker geworden ich habe auch schon mal versucht eine figur reinzusetzen das hat sehr gut funktioniert und liebe leute ihr könnt es vielleicht nicht fassen wir haben hier wirklich ein lenkrad und auch einen sitz dabei man muss in diesem trecker nicht stehen das ist ja schon mal was das ist man aber nicht von allen marken unbedingt gewohnt was mir am trecker und auch dem anhänger gut gefällt ist dass er sehr sehr leicht rollt und auch die qualität der reifen hat mir sehr gefallen der anhänger ist natürlich optisch eine sehr einfache konstruktion aber für so ein spiel set reicht das allemal aus und sieht trotzdem gut aus denn genauso würde ich mir einen heu anhänger auf einem bauernhof vorstellen schön finde ich auch dass die hängerkupplung wirklich drehbar gelagert ist und damit das rumfahren auch wirklich spaß macht das mag sich zwar sehr trivial anhören aber ich meine wir haben da schon andere sets gesehen von selbsternannten qualitätsmarktführern die eben keine sitze hatten und auch einen hänger nicht drehbar gelagert hatten das ist hier sehr schön umgesetzt und wie gesagt die konstruktion absolut einen daumen nach oben aber es gibt auch ein paar sachen die ich an dem set zu bemängeln habe und natürlich wäre es jetzt viel einfacher einfach zu sagen das ist alles super und hier gibt es überhaupt keine probleme aber dann kann ich mir auch diese review sparen wenn ich sachen die mich gestört haben eben nicht erwähne trotzdem vorneweg das set ist richtig gut daran ändern auch die sachen die mich gestört haben nichts der erste kleine punkt der mich gestört hat der aber ja bei sehr sehr vielen herstellern so ist sind die farbabweichungen mir ist hier nur aufgefallen dass auf einer relativ kleinen fläche bei dem traktor doch schon die farbabweichungen sehr stark zur geltung kommen gefühlt habe ich das schon mal besser von panlos gesehen ebenfalls auffällig ist ein problem was auch sehr viele hersteller haben und das sind die doch recht mitgenommenen und matt wirkenden fliesen was aber natürlich auch wieder bei einem spielset nicht zu dramatisch ist das soll gebraucht werden und da werden auch so gebrauchsspuren rankommen was mich dann aber doch eher gestört hat ist dass ich auch ein stein mit starken verfärbungen dabei hatte ich habe das ganze erst für dreck gehalten konnte es aber auch nicht abwaschen und musste den stein dann so verbauen ich bin mir auch nicht sicher ob ich es besser gefunden hätte wenn es dreck gewesen wäre ich glaube nicht aber da bin ich von panlos die ja die steine hierfür liefern doch teilweise auch noch mal eine etwas bessere qualität gewöhnt das baugefühl ist gut kommt meiner meinung nach nicht an mold king oder fantasy ran aber da gibt es nicht viel zu beanstanden das ist durchgängig auf einem guten niveau ich würde das vergleichen mit den playtiff clippies ungefähr von der qualität das hat mich bei diesem set jetzt nicht dramatisch gestört weil man sich ja auch hier ein paar sachen noch erklären kann wie ein paar matte fliesen oder farbabweichungen aufteilen es ist eben ein alter trecker der schon viel erlebt hat aber es ist ja auch nicht sinn und zweck der sache jeden fehler oder jedes kleine problem weg zu diskutieren sondern ich finde es schon wichtig das auch anzusprechen auch wenn es hier wie gesagt kleine probleme sind wo man aber wirklich die gesamte liebe merkt die reingeflossen ist sind dann die figuren also die prints sind wirklich weltklasse ich habe selten so hochauflösende prints auf figuren gesehen ich finde es auch sehr stark dass die hautfarbe bei den bauern mädchen hier als print einfach nicht zu unterscheiden ist von der hautfarbe die wir im gesicht haben als stein und die figuren an sich gefallen mir jetzt wo ich sie das erste mal in den händen habe wirklich gut die sind echt knuffig die qualität der glieder ist sehr gut ich finde die idee mit dem gehirn cool was man einbaut und ich hoffe wirklich dass diese figuren in noch mehr sets und auch bei anderen herstellern vorkommen werden die sind wirklich top und was ist jetzt das fazit punkt 1 ist das set 15 euro wert meiner meinung nach mit dem spielwert der hier geboten wird ja ist die konstruktion gut die konstruktion ist richtig gut und ich hatte auch mit der anleitung keinerlei probleme das hat mir richtig spaß gemacht wie der bau auch generell ist das set aber perfekt nein das ist es nicht wir haben kleine kritikpunkte man muss aber auch sagen auf die steine hat natürlich thorsten recht wenig einfluss und punkt 2 ist das ist die erste welle wenn hier kleine fehler drin sind dann ist das absolut vertretbar und deshalb gibt es auch von mir für dieses set auf jeden fall eine kaufempfehlung gerade als kind zum spielen in einer bauernwelt oder farmwelt gibt es nichts auf dem level meiner meinung nach wir haben zwar noch von blockys ein paar traktoren die gefallen mir aber nicht annähernd so wie die entwürfe hier und damit ist es wie gesagt absolut eine kaufempfehlung ich hatte sehr viel spaß mit diesem set und freue mich schon auf die nächsten wellen von kitty craft wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt oder andere sets jetzt aus der ersten kitty craft welle schreibt mir gerne mal eure meinung dazu in die kommentare zu den steinen zu den figuren das würde mich alles sehr interessieren und wenn euch dieses video gefallen hat lasst wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein und ja, value prick und ja, value prick